Also Jungs, es ist soweit für die Sieg her und bitte euch nochmal in den Eingangsbereich aufzustellen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ihr Thomas ist soweit. Wir freuen uns und begrüßen noch einmal die Teilnehmer der Deutschen Lundmeisterschaften 2012, der Alterskasse 12, zur Musikerung. Applaus Es ist ein spannender Projekt, es war ein sehr spannender Weltkampf und wir freuen uns, jetzt den neuen Deutschen Lundmeister der Alterskasse 12 und gleichzeitig Wolkenbein hier begrüßen zu dürfen. Nämlich Lobbyschläger von Karlsruhe. Applaus Es war die nächste, die erfreundlichen Treppenwellen, wo es heißt, es war die Siegerleistung. Überreicht wird die Goldbeiligung des Bundes, der Pokal angeschüttet durch die Stadtbremse aus dem Hintergrund von Herrn Mayer. Wir benennen der Seko-Penalierin von Deutschland, Vizemeisterin des 2012, in diesem Jahr des Lukas Kroffer. Das war's für die Stadtbremse, der Hochschule, der Hier erlaubt die meisten Nationen. Danke, Simon Wink, von der Degel-Gümbel, von der Degel-Gümbel, von der Degel-Gümbel, von der Degel-Gümbel, von der Degel-Gümbel. Vielen Dank. Vielen Dank. Der 6. Platz liegt an Erik Lohrath von der KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Der 7. Platz liegt an Erik Lohrath von der KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Der 7. Platz liegt an Erik Lohrath von der KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Applaus Ja, das ist der KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Das ist der KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Das ist der KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Vielen Dank für die Fans, der KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Vielen Dank für die KMZU Allenten, 1.212,5 Euro. Vielen Dank für die KMZU Allenten, 1.212,5 Euro.